mã-pippippippipp-ia programme Н mbt zu verlassen Deutsche Memes You looked exe Let's go Dieses Video soll jemand verletzen und dient nicht zur Behaltung, alles klar ARD Text im Auftrag von SLB Oh, baby, shit. Ich bin, ich habe einen Alkohol. 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 Kann ich mich bücken? Wie kann ich mich bücken? Dem geht es gut. Gibt es viel zu selten. Wir wollen euch mit dem Was hier tun inspirieren. Deshalb vielen Dank an alle Befürworter von Giga Berlin Brandenburg. Wie viele Ich habe einen Alkohol. Ich habe einen Alkohol. Wir haben einen Alkohol. Ich habe einen Alkohol. look auf so ich zeige euch mal heute wenn man tankt bei den heutigen benzin dieselpreisen den schlauch so jetzt ganz vorsichtig mit gefühl das war's zurück verdammte scheiße mir ist gerade was passiert guck mal so der salat schon fertig kann man direkt essen ja und jetzt habe ich mir aber gerade das ablaufsdatum angeguckt und der schon seit februar abgelaufen fast hätte ich den aufgemacht und den gegessen ich habe ja schon echt viel gesehen aber guckt euch mal den namen von dem arzt an ist das geil oder ist das geil hausarztpraxis musch hat gerade gesagt ich soll rauskommen er will mit mir in rewe aber es ist 20 30 ich glaube der idiot hat vergessen dass geschäfte nur bis 20 offen haben so ein idiot der dünner man hat nicht nur so ein bisschen verkackt so ein bisschen zu viel essen einen schönen kebab mit den jungs wo sind die jungs spiel jabos wissen wer der babo ist alexa spiel jabos wissen wer der babo ist von haftbefehl ab alexa lautstärke auf 80 ich habe dein portemonnaie in meiner hand ich habe dein portemonnaie in meiner hand warum nirgst du wala bila je 80 euro ja jetzt ne ja überweisen wala bila wegen meckes auto willst du oder nicht dieser moment wenn der aufzug für vier personen und 300 kilo und einfach stecken bleibt macht das nicht einfach da drängt die ganze familie die führerin affengeile düfte sind so geil baby parfums sind einfach affengeil mann ich hab grad wieder schön mein ding gestretched alter ich bin hier voll auf dem balkon und so geht's richtig gut alter die 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 schnauze und dann raus ich habe jetzt erst mal meine aber könnte es nur jetzt einfach so eine meine reina und man kein mensch kann einfach so einen einen reinhauen das geht achten liga Leute denken echt ich liefer darin pakete wenn drei solche ochsen vor der türe warten vala bila kannst lange warten vala bila du kannst hier die pakette auf jeden fall vergessen Du, du kommst mir echt süß vor, ne? Darf ich dir mal drei süße Sachen zeigen? Ja. Das ist die zweite Sache. Oh, guck mal, wie süß sie ist. Ey, wenn die nicht süß ist, diga, dann reden sie auch nicht, Alter. Aber ich muss wirklich sagen, ihr seid aber auch mega schnuckelig. What the fuck? Der Scheiße, Mann. Scheiße, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. Bis zum nächsten Mal.